hallo und herzlich willkommen zum modern war nee call of duty modern warfare 2 zum war so wir gehen auf kampagne und wir spielen unser spiel was war angefangen haben wenn wir jetzt sofort setzen stand bravo wir sehen 70 feinde in ihrem bereich bitte bestätigen sehr lustig station negativ total negativ ober könnte ein fehler in einem der acs module sein sind bravo systeme werden gerade auf fehlfunktionen überprüft der himmel ist freistation sie haben da ein paar phantom punkte ober zulu x-ray 6 in ihrem bereich werden etwa 100 feinde angezeigt negativstation alles bestens ich weiß leider auch nicht sonneninterferenz starke sonnenflecken aktivitäten heute sierra delta wir haben hier vielleicht ein kleines acs problem sehen sie irgendwelche feinde sie sind überall sierra delta wiederholen sie bereithalten kontaktieren die nächsten einheiten in diesem bereich verstehe hier sachen folie erstes bataillon 75 des regiments befehlshabender commander von hunter 21 hören sie mich an alle stationen achtung satellitenüberwachung wurde deaktiviert geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit so was soll man machen das ist der btr raus hier raus hier Das wird wieder. Overlord, hier Hunter 2.1, dann bitte Luftunterstützung, over. Hunter 2.1, alle Luftunterstützung ist bereit zum Einsatz. Wo waren die Stücken, wer war das? Ist aber auf heftigen Widersatz getroffen, over. Roger Overlord, mehrere feindliche Panzerfahrzeuge gesichtet, drücken zu Fuß vor, over. Overlord bestätigt alles, viel Glück, Ende. Sorge, sollen wir uns hier opfern oder was? Feuer einstellen, die BTR nicht angreifen, sie haben uns noch nicht gesehen. Nach rechts und dahinter bleiben. Ach, ich glaube, ich weiß, welche Wunde das war. Jetzt kann ich gleich in ein Haus rein, dann werden wir entdeckt. Und... Ich sehe Rauch bei der Abschlussstelle. Da ist das doch runtergegangen. Sie wurden entdeckt. Ramirez, Rauchranaten reinzetzen. Dann morgen Deckung geben. Team, eine Rauchranater auf den BTR darf. Sieht aus, Sieht aus. Team, Rauch auf den BTR, Bewegung. Deckung im Rauch nutzen, um am BTR vorbei in die Gasse zu gelangen. Hmm. Hmm. Das war's für heute. So. 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 Sieh am Visiert! Kontakt! Gegner auf unserem Land, innerhalb unserer Zone. Schütze auf dem Dach und den Trist-A-Round! Feinde! Nordseite! Roger! Lade nach! Kontakt im Norden! Team, Kontakt im Norden! Team, Feuer nach Norden verlagern! An Halle, Gegner auf dem Dach! Wir bilden eine Rauchwand im Norden! Roger! Der Wann, wie sie aktivieren, falls vorhanden ist! Sieh fertig! Feinde auf dem Dach in Norden! Kontakt auf dem Dach und den Trist-A-Round! Eindringlinge in unserer Zone! Feinde auf dem Dach! Feinde auf dem Dach in Norden! Wir haben zu entdeckung! Feinde auf dem Dach in Norden! attacking in Norden! Leandringlinge in der Erde! standard! Nur noch in der Erde! Gegner auf unserem Dach innerhalb unserer Zone! A-A-A-A! A-A-A! Ein 3es Lutzfeld! Wieiaia! Ich glaube, ich es jetzt... Das Geschützdingens... ...Polizeiwagen? Oh, veröffentlicht. Das war ja mal ein Filtraffer. Hey, was ist das? Ramirez, runter vom Dach verdammt! Ich bin doch vom Dach. Ramirez, runter vom Dach verdammt! Ramirez, runter vom Dach verdammt! Aber in feindlichen Drohnenpiloten gesichtet, er lenkt die Raketen. Er ist in dem Restaurant im Westen, over. Ramirez, rüber da und den Penner unschädlich machen! Ich schicke Ihnen einen Teil des Trucks für Unterstützung, los! Haben wir da noch nichts? Gehen Sie hinterher, ist das Feste! Der BTA hat sie anvisiert! Ah, 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 ich fühle jetzt Aua! Ich fühle Aua? Nein, ich fühle raus! Ich war nur noch scheiße, ja. Kann doch nicht wahr sein! Wieso? Aua! Ich war auch mit einem Automatikgeschutz hier! Genau! Auf einmal hier, wer? Ich komme mir weiter, zu lange! Zähne, zu. Wieso? Ich bin mit dem Schaden? Hast du mich nicht? Ich hab' einen Zähne? Ich hab' einen Zähne? Ich bin großartig... ...und... ...und... Was ist das? 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 Auf drei. Einz, Zwei, Zwei. Zwei. Los, los, los. Leer Taste. Yeah. halte mir die füren von leib ziel erledigt was hat er von uns ich habe es zum kühlraum im bergertraum geschafft raptor ist für uns sicher die ziel ist zu halten die russen auf ziel da findet er von euer bewegung ziel direkt hinter dir ziel 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 hier ziel 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 321, Anta 4 hat feindlichen Truppen bei der Novas Anstelle gesichtelt. Over. Vermeer, benutzen Sie die ferngelengten Predator-Raketen. Infanterie nähert sich. Sie dürfen nicht in den Bagger taunen. Die Führer, okay. Boom. Ich kann jetzt nicht. Oh. Okay. Genut zur Elektronensteuerung. Okay. Sooyan Szebauer. Oh. Guys. Oh. Oh. Oha. Ohaah. 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 Schießt Terraria. Okay. Da und. So. So. Schnell das nächste Ziel. Ich weiß nie genau ob es ein böser oder ein guter ist. Wenig Munizio. Was? Helikopter? Wo sie in der Arm pust? Team! Ich habe eine Stinger-Rakete auf ihrem Restaurant im Westen gesehen. Ramirez! Kontakt auf dem Burger Town Park Platz! Raketen offline, Hunter 2-1. Oh, er muss jetzt rüber. Lass mich raten, ich bin das. Okay, er ist kaputt. Gut. Haben wir den aufgeschafft. Wie? Die Bahn kommt endlich! Hunter 2-1. Achtung! Feindliche Battrugle bei der Bank im Norden gesichtet! Over! Bahn kommt endlich! Answer 2-1. Meldung von Goliath 1. Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich Ihnen. Over! Sergeant! Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich! Da ist der zweite Helikopter, ausschalten! Wo ist er? Team, ich habe eine Stinger-Rakete auf dem Restaurant im Westen gesehen. Ah, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Ah, meine Leute haben mich schon abgeschossen. Der Konvoi ist da. Alles zu mir, wir verschwinden hier. Los, los! Alles zu mir, wo es mir auch ist. Ach, das Problem wahrscheinlich. Endlich haben wir es geschafft. Der Konvoi ist süßig vom Burger-Town. Hier rüber, verdammt, los! Wach! Na, wo seid ihr an? Ich bin der Erste, der sich verdrückt hat. Ja, Ende. Wir haben immer noch 2.000 Zivilisten in Arcadia. Heute ist ein Glückstag für alle mit Angehörigen. Sie werden ihre Leben retten. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Ich erreiche niemanden. Die Krieg hat in den Vereinigten Staaten Einzug gehalten. Gleichzeitige Armee muss der Beleidbarkeit. Der Beleidbarkeit. Der Beleidbarkeit widersprechen sich noch, aber es scheint bestätigt. Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Amerikanische Truppen. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rojas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. So, das war's für heute. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich bin da ein paar Mal gestorben. Ich hoffe beim nächsten Mal wir hier nicht mehr so oft sterben. Und, ja. Dann bin ich glaube ich auch schon fast durch. Mit Call of Duty. Mord of Forst. Mord of Forst. Ja. Ihr wisst was ich meine. Und, ja. Ich hoffe euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch nächstes Mal wieder seid. Bis dahin wirklich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, jo.